Ja, wir hatten gerade sehr viel zum Thema Mut und Mut machen, sich gegenseitig stärken. Und ich will eigentlich jetzt mal diesen Best-Practice-Ansatz euch näher bringen mit einem, ja, eigentlich Praxisbeispiel aus meiner Laufbahn, wie ich das alles stemme, wuppe, auch versuche durch meine Funktion bei Emma Hartrowa als Beirätin in unserem Frauennetzwerk anderen Frauen den Mut zu machen, ja, die Schritte zu gehen, sich nicht hinterzufragen und einfach ihr Ding durchzuziehen in dem Sinne. Wir starten einmal kurz. Ich nehme euch mit auf eine kurze Reise durch meine bisherige berufliche Karriere und die startete eigentlich ganz lustig. Ich habe ganz klassisch die Rechtsanwaltszulassung bekommen, hatte wirklich schon die Robe gebügelt, im Schrank hängen und habe dann aber gedacht, Versicherungsbranche, Financial Lines Broker, das klingt auch mega spannend, hatte Berührungspunkte mit Manager und Wirtschaftsrecht überall schon und dachte, das schaust du dir mal an. So landete ich dann bei einem namhaften Financial Lines Broker in Köln und arbeitete zunächst wissenschaftlich an einem Buch mit und machte dann, was eigentlich in dem Wege mein erster Mutmeilenstein war, den Schritt in den Consultant-Bereich in den damals noch DAX 30 Konzern. Das war also wirklich der Sprung ins kalte Wasser, aber ich war mutig und habe einfach gedacht, das schaffst du, du wagst das. Dann hatte sich das alles eingespielt. Ich war in meiner Komfortzone und das ist auch ein Tipp, den ich euch einfach geben möchte. Verlasst diese Komfortzone. Das ist auch das, was wir in unserem Trove-Netzwerk weitergeben und was ich euch allen mit an die Hand geben will. Überdenkt euren derzeitigen Standpunkt. Wie kann ich mich vielleicht noch aus dieser Komfortzone heraus weiterentwickeln? Mein zweiter Mutmeilenstein war dann nämlich, dass ich sagte, ich will jetzt mal wissen, die Versicherer, mit denen ich tagtäglich verhandle, wie sieht denn so die Welt bei denen aus? Schließlich landete ich dann bei der Zürich und durfte dort die Produktentwicklung im Financial Lines Bereich aufbauen. Und der nächste Schritt war, wo ich wirklich überdachte, bist du hier jetzt zu mutig gewesen? Wo die Vorstände schließlich darauf eingingen und sagten, du gehst in den GDV, in den Gesamtverband der deutschen Versicherer und entwickelst Musterbedingungen mit. Und hier war der Klassiker und diesen Best Prestig Act möchte ich euch mitgeben, wo ich wirklich reinkam in einen Bereich, wo ich dachte, als der Flieger von Köln nach Berlin ging, ups, warst du jetzt vielleicht an dieser Stelle mal zu mutig, hast du dir zu viel zugemutet? Ich war in dem GDV, in diesem klassischen Gremium, wir waren, ich meine, zehn Leute, davon neun Männer und ich als Frau. Und ich sage euch, der erste Schritt hat ganz schön viel Mut erfordert. Ich saß da und dachte, oh wow. Aber was soll ich euch sagen, als die ersten Klauseln, die ersten Floskeln ausgetauscht waren, es war super, wir haben heute noch Kontakt und sind alle noch in der Versicherungsbranche tätig, treffen uns hier und da und tauschen uns aus. Es war aber ein ganz schöner Schritt, dies damals zu bestehen und sich einzugestehen, oh, schaffe ich das jetzt oder war ich an dieser Stelle zu mutig? All diese Sachen wollen wir insbesondere auch bei Emma Hartrove, wo ich inzwischen den Financial Lines Bereich leiten darf, auch jungen Kolleginnen und ich denke auch, dies ist in diesem Netzwerk so wichtig, weiter mitgeben, dass man auch Familie und die eigene Karriere miteinander verbinden kann. Und deswegen finde ich diesen Austausch heute unheimlich wichtig und freue mich, wenn wir uns da auch weiter vernetzen. Vielen Dank.